Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem, ja auch wieder einem neuen Thema, zum Thema DMX. Ähm, ja, ähm, ich zeige euch einfach, wie man sich da anmelden kann und, ja, dass es dann auch nicht mehr so schwer ist, so, natürlich. Ähm, Anrede, was ist man? Eine Frau oder ein Herr? So, wir sind ein Herr. Ja, so, Name, ähm, gebe ich mich mal einfach ein. Ähm, ähm, Maus, Nachname ist zum Beispiel, Maus, Maus, wir leben natürlich in Deutschland. Und, ähm, Pachleitzahl, ähm, das ist jetzt 22049. 449, äh, Hamburg ist es, Hamburg. Dann die Straße und Hausnummer, die sage ich jetzt nicht. Ähm, da braucht es Datum, das ist der 02.05 und 2000. Dann hier einmal die E-Mail-Erklasse. Maus.maus. So, ähm, hat die, yo, such, wer ist das? Nie, ich wollte Maus. Ja, ähm, ja, ähm, ja, ähm, man kann hier auch noch weitere, äh, E-Mail-Adresse zu machen. Äh, das tun wir natürlich nicht. Passwort. Ähm. So, ähm, Handy-Nummer, habe ich sowas nicht? Ja, ja, ähm, so, mpp23. Da braucht man erstmal die E-Mail-Erklasse. So, dann war das eigentlich nicht alles. So, äh, geheime Antwort, ähm, ich gehe einfach mal hier mit. Ja, ähm, so, ups, hey. Alles nochmal, ach, Maus. Versteh ich hier überhaupt gar nicht. Nu. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe schon eine andere E-Mail-Adresse. Ja, darf ich sie dir schreiben. Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, ähm... Ja, ähm... So, ähm... So, ähm... So, ähm... Ja, ähm... So, ähm... So, ähm... Und... Und...